In 2010 hat Qatar Rail entschieden, die erste Ausbauphase für das Metro-Tunnel-Projekt in Doha zu machen. Wir sind mit diesem Projekt 2013 konfrontiert worden und da ging es darum, 21 Tunnel-Vortriebsmaschinen für diese Stadt zu liefern, weil eben der Plan war, in so kurzer Zeit, in 26 Monaten, 112 Kilometer neue Tunnel, also from the scratch, von null, in die Stadt einzubauen. In Spitzenzeiten waren 20 Maschinen tatsächlich in der Stadt im Einsatz und das hat auch in den Guinness Buch der Rekorde geführt.